Hallo, da bin ich wieder, eure Sabine Blumenthal. Viel häufiger gibt es jedoch die Zwillingspärchen, die man gar nicht sofort erkennt, denn bei ihnen sehen sich die Zwillinge nicht ähnlicher als ganz normale Geschwister. In diesem Video erkläre ich dir, warum es diese Unterschiede gibt. Du erfährst, wie es zur Entstehung von Zwillingen kommt und worin der Unterschied zwischen ein-eigen und zwei-eigen Zwillingen besteht. Außerdem erkläre ich dir kurz, was siamesische Zwillinge sind und wie es zu dieser Form kommt. Damit du alles gut verstehst, solltest du den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com. Ich bin. Wer hat mich überprüfen? Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin.